Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Mietwagen Tape Vinyl Bundle. Alle weiteren Informationen zu diesen Alben, der Tracklist und dem Bundleinhalt sowie natürlich auch die Links zu den Alben und zu diesem Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mietwagen Tape Vinyl Bundle von Celo und Abdi, das Ganze am 8. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist anlässlich des Mietwagen Tape 2 erschienen. Dieses Bundle hier, bestehend aus beiden Mietwagen Tapes hier erstmals auf Vinyl. Einmal hier Mietwagen Tape Nummer 2 und einmal der Vorgänger, der erste Teil Mietwagen Tape. Die Box zum Album Mietwagen Tape 2, die habe ich euch ja bereits vorgestellt und das Ganze gab es dann eben auch noch als Vinyl Bundle in diesem Fall. Und wir haben hier eben nicht nur das Mietwagen Tape 2, sondern eben auch den Vorgänger, den es auch erstmals auf Vinyl gibt. Es gab das Ganze ursprünglich im Jahr 2011 als Mixtape, als Free Download und dann im Jahr 2017 kam dann auch noch die CD. Die gab es damals in der Diaspora Box als Beigabe, damals in einer Remastered Version. Und genau diese Remastered Version hat es jetzt eben auch hier auf Vinyl in dieses Bundle geschafft. Gut, das Bundle ist limitiert auf 500 Stück und gab es exklusiv bei Vinyl Digital. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns im Detail ansehen. So, einmal und zweimal. Es sind beide mit 23 Tracks und dementsprechend auch auf Doppelvinyl, was mich sehr freut. So, wir werden das Ganze natürlich aus der Folie holen. Einmal. So, Mietwagen Tape und natürlich Mietwagen Tape 2. So, und wir starten mit dem aktuelleren Teil, dem das Ganze ja geschuldet ist, am 8.1. erschienen Mietwagen Tape 2. Ja, wir sehen hier, Celo und Abdi an ihren schwarzen Porsche gelehnt. Abdi präsentiert uns hier stolz seinen deutschen Reisepass. Oben das Logo von 385 Ideal. Unten rechts die Interpreten plus Albumtitel. Und hier dann noch ein Verbrauchseinweis auf Englisch. Auf der Seite auch nochmal beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 23 Tracks an der Zahl. Auf Doppelvinyl verteilt. Also 1, 2, 3, 4 Seiten. In diesem Fall nummeriert und nicht mit Buchstaben gelöst. Und wir haben natürlich auch jede Menge Features mit dabei. Hannibal, Olexesh, Azad, Killer, Kamal, Rezi, Nemo, Brody030, Haka, Engi, Gringo, Bones MC, DJ Raffic. Hier sind da einige mit dabei. Beteiligte, Barcode und nochmal ein Bild mit Porsche. Dann schauen wir rein. So, hier haben wir nochmal die beiden Herrschaften. Vor einem düsteren Plattenbau. Sieht so ein bisschen nach Unterführung oder Parkgarage aus. Man weiß es nicht so genau. Auf der linken Seite nochmal im Detail die Tracklist. Inklusive Features und Produzenten. Alle 23 Tracks. Und auf der rechten Seite nochmal die Credits zum Album plus Social Media und Internet. All das finden wir hier. So, dann schauen wir uns mal die Vinyls an. Nummer 1. Und Nummer 2. Mehr ist hier nicht drin. Also kein Album Downloadcode oder irgendwas. Nein. Jetzt ist leer. So, und diese Vinyls sind, wir schauen gleich hier in schwarzer Papierhülle, aber die kommen hier in, jawohl, in einem knalligen Lila bzw. ja, Violett. So sieht das aus. Das ist Vinyl Nummer 1. In diesem Fall die B-Seite. Also Seite 2 steht hier. Die Tracks 7 bis 12. Dann hier die A-Seite. Seite 1 mit den Tracks 1 bis 6. Also die Farbe kann auf jeden Fall einiges. Nicht in einem schlichten Schwarz, sondern hier wirklich so in Purple, in Violett eingefärbt. Natürlich die zweite Vinyl ebenso. Kommt in schwarzer Papierhülle und beinhaltet dann auch die violette Vinyl. Seite 3, Tracks 13 bis 18 und Seite 4, 19 bis 23. Jawohl, also Album Doppelvinyl mit 23 Tracks. Beide Vinyls hier eingefärbt in diesen schwarzen Papierhüllen. Und dann kommen wir zum zweiten Album bzw. das war gar kein Album damals, sondern das wurde damals als Mixtape bezeichnet. Mietwagentape Nummer 1. Das ist das Cover. Wir haben hier eben den Hinweis mit Remaster. Ansonsten, man ist sich hier ein wenig treu geblieben, denn wir haben hier, auch wenn es schwarz-weiß ist, Abdi hier wieder mit dem Deutschen Reisepass. Den hat er schon damals stolz präsentiert. Das ist auch das Einzige, was hier wirklich in Farbe ist auf diesem Cover. Hier unten die Features. Und eben hier nochmal der Hinweis Remaster. Also es ist nicht 100% die gleiche Version, die 2011 zum Free Download war, sondern eben etwas modernisiert, remastered. 385i präsentiert. Verbrauch hinweis auf Englisch. Auf der Seite auch nochmal Jail und Abdi Mietwagentape zu lesen. Und auf der Rückseite die 23 Tracks, inklusive der Info, wer gefeatured wurde und wer produziert hat. Wir haben hier auch wieder jede Menge Features dabei. Unter anderem Haftbefehl oder auch Anoush und Berang und noch einige andere. Kapo hat hier einen Track beigesteuert. Amaha. Ja. Also diverse Gäste hier mit dabei. Barcode. Credits. Wunderbar. Dann schauen wir rein. So, das sieht nach Frankfurter Skyline bzw. Frankfurter Stadt bei Nacht aus. Hier nochmal die Tracklist im Detail. Dann das Logo. Und hier das 385i. Die Vinyl Nummer 1. Auch hier natürlich wieder in schwarzer Papierhülle. Ebenso wie Vinyl Nummer 2. So. Und jetzt haben wir hier das Mietwagentape 1. Und das kommt natürlich auch wieder, wie zu erwarten, in Violett. Seite 1. Tracks 1 bis 6. Dann Seite 2. 7 bis 12. So, fahren wir mal. Und dann haben wir Seite 3. Also Vinyl Nummer 2 mit Seite 3 und 4. So, Seite 3 mit den Tracks 13 bis 18. Und Seite 4 mit den Tracks 19 bis 23. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Hier hat die beiden Vinyls vom Mietwagentape 2. So wie natürlich auch die beiden Vinyls zum Mietwagentape 2. Beide Vinyls kommen hier als Gatefold, also mit Doppelvinyl in Lila mit jeweils 23 Tracks. Jawohl. Das alles in diesem wunderbaren Wundle Mietwagentape Vinyl Bundle von Celo und Abdi. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Wundle bzw. den Alben, den Vinyls. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Celo und Abdi uns stützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.